Okay, wir sind wieder Feind und ich würde sagen, wir ziehen mit dieser Truppe weiter und King als Chef. Oh, hallo! Damit hatte ich jetzt gerade nicht gerechnet, muss ich sagen. Das hat nicht funktioniert. Naja, töten wir ihn halt so. Kein Problem. Und damit sollten wir durch sein, würde ich denken. Nicht wahr? Sollte es jetzt endlich soweit sein, dass wir Sid treffen? In der Kammer des Lebens. Auf jeden Fall können wir nochmal speichern. Ich will eigentlich gar nicht unbedingt speichern, weil ich so viele Leute verloren habe. Das ist so ärgerlich. Kann ich die denn irgendwie wieder zum Leben erwecken? Nee, ne? Das ist halt der Mist. Oh, es gibt keine Möglichkeit, die wieder zu beleben, glaube ich. Naja, was soll's. Nehmen wir es so hin. Und gehen weiter. Und weiter geht das wilde Kämpfen. Ich kann die Roosters mittlerweile nicht mehr sehen, muss ich zugeben. Okay, das ist neu. Was auch immer da gerade passiert ist. Es regnet schon wieder Blut. Ich glaube, wir sind da. Was geht mit dem Kerl ab? Ich bin ein Punkt. Die Pforte der Zerstörung. Okay, was müssen wir tun? Vier Pforten und vermutlich noch mal vier Prüfungen, oder? Oh, shit. Ich hab schon wieder verpasst, auf den Auftrag zu schauen. Ist auch ein bisschen nervig, ja, ohne selbst den Tod zu erleiden. Hahaha. Ist auch ein bisschen nervig, dass man das halt immer auszusehen wegdrückt, wenn man schon am Kämpfen ist, weil nun mal das Spiel auch weiterläuft, während diese Texte auftauchen. Also es ist ein bisschen ungünstig geregelt, die Menüführung an der Stelle. Aber gut, was soll's. Oh, wir sind vergiftet, sehe ich gerade. Das ist gar nicht nett. So. Damit hier mal Ruhe ist. Okay. Das wär's auch für den. Ace, du kannst deinen Phononen einstecken. Behold, was hat befallen, den Raum, den du verabschiedet hast, zu beschützen. Haha. Die azure Sträume sind jetzt weathert und pollutiert. War es unsere Aufgabe, Concordia zu beschützen? Die Dragoniten. Die hab ich auch nicht verstanden. Du musst zu gehen. Was sind sie? Verdammt. Ich hab keine Ahnung. Ich will nicht diese Phononen sehen. Bleib mir. Und in dem Fall muss ich Nein einfach mal zustimmen. Wir wissen nicht, was es für welche sind, aber wir wissen, dass sie weg müssen. Was war das? Okay. Concordia scheint damit abgearbeitet. Bleiben noch drei Reiche. Weiter geht's mit Lorica. Oh, shit, Ace. Oh, Leute, passt doch ein bisschen auf. Okay, nein, verdammt, nein. Er lebt noch, okay. Gut. Pille, blunder. Lebe nichts in meinem Weg. Ah, das war's auch für Nein. Gar nicht gut. Ich glaub, King ist so ziemlich meine letzte Hoffnung, hier noch vernünftig was zu reißen. Das ist schrecklich, schrecklich. Shit. Ah, jawohl. Na komm schon. Die Musik ist saucool, muss ich sagen. Okay. Wunderbar, noch eine Anzeige. Die kriegen wir auch hin. Das war nix. Das war nix. Komm schon. Komm zu mir. Zu spät. Oh Gott, geh weg von mir. Okay, wunderbar. Jetzt sollte ich ihn noch kriegen, oder? Ja. Ich bin der Mord. Victory ist eurer. Eher deiner, nicht euer. Denn außer dir ist niemand mehr da. Das war's schon für Lorica. War ein kurzes Zergnügen. Leider eins, das einige Opfer gekostet hat. Auf nach Melitis. Du solltest zumindest so viel machen. Oh, shit. Ich kämpfe mal nur mit King weiter. Ganz einfach, weil die anderen nur bedingt helfen und viel eher ein Ziel für den Gegner liefern. Von daher, wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich das Ganze alleine durchziehe. Nicht mit mir, mein Freund. Gut, dass du sie trotzdem siehst, wenn du sie anvisierst. Da ist das Ganze nicht so schlimm. Oh, 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 oh. Lass mich dich mal beseitigen. Okay. Schon geschafft. Oh, 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 oh. Really? Gegen die großen Max von Militis? Na gut, die halten weniger aus, als ich befürchtet habe. All die Erinnerungen an all die Leute, die auf den Seiten der einzelnen Länder gestorben sind. Dann bin ich ja mal gespannt, welchem Gegner wir auf Brubrummer Seite begegnen. Erlöse diese erbärmlichen Seelen. Okay, ich dachte gerade schon, wir müssen unsere Kadettenfreunde besiegen. Das wäre mies gewesen. Aber nein, ganz so ist es nicht. Wie es scheint. Oh, hallo. Gut, besiegen wir die Russo, das ist ja nicht weiter das Problem. Das kennen wir ja schon zur Genüge. Oh, komm schon. Ich bin doch ausgewichen. Naja. Nein, seid ihr nicht? Ist doch alles gut. Du bist jetzt verpflichtet, um zu gehen. Oh, wir müssen doch noch gegen unsere eigenen Soldatenfreunde kämpfen. Oh, wirklich? Du kannst die Eidolans kontrollieren. Also was? Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin so sorry. Okay. Den kriegen wir klein. Oh Gott. Bloß aufpassen, wenn er seinen Hüpfer ansetzt. Dann gehe ich doch mal lieber ein bisschen zur Seite. Das könnte sonst sehr unbequem sein. So, wunderbar. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Zugegebenermaßen. So, jetzt haben wir ihn nochmal erwischt. Und damit ist der Golem Geschichte. Oh, ja. Und so wurde uns noch einmal eindrücklich vor Augen geführt, was wir durch Tempus Phenis alles verloren haben, durch den Krieg der vier Länder. Welche Welt da zugrunde gegangen ist. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit, Sidorstein zu begegnen, oder? Jetzt ist es Zeit für Ihr finales Vergnügen. Noch eine Probe. Entkomme den Fluten. Überweise dem Richter, dass du würdig bist. Oh Gott. Komm schon. Nicht den. Bist du mich verarschen? Wir sehen doch den richtigen an. Ich glaube, es ist doch besser, die wegzuräumen. Oh je, wartet mal. Oh Mist, ich habe mit dem gar keinen Dings, keinen Heil. Doch, habe ich. Wieder. Okay. Ich habe bloß die falsche Taste benutzt. Oh, komm schon. Ich kann sie auch schon vorher wegräumen? Na, wenn das so ist, mache ich das doch. Okay. Lass uns weiterziehen. Aber das Wasser scheint nicht zu steigen, oder? Das war eine sehr, sehr seltsame Prüfung. Das Urteil ist gescheitert. Warum? Ich habe Interesse verloren. The crystal wants Agito to be born of the vermilion bird. White Tiger, Lassie! Stand down! Ich habe Probleme zu gehen. Los geht's! Oh Gott, wie die Zombies. Aber wir sind unverwundbar, immerhin etwas. Ich glaube, wir bewegen uns lieber so vorwärts, oder? Was zum... Oh. Das ist die Stelle, an der Rem und Makina gerade aufeinander getroffen sind. Kann das sein? Machina? Rem? Warum sind sie... Schöpfung! Ja... Mäckina! Rem! Rem! Mäckina! Rem! So glad you finally came back, my dearest Mäckina! Stop talking! I have- Welcome back, Mäckina! Rem! I'm sorry, I- Why did all of this happen? I was afraid of losing you, Rem! Of forgetting you! I was afraid of being alone! So I- Became a Lassi! Mäckina? Where are you? Rem! I'm right here! Always... Remember... Remember... Me... Rem! 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 Was ist das denn? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 The Crystal's focus And The Crystal's focus The Crystal's focus I... The Crystal's focus 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 Oh man... Und so hat Makina dann wahrscheinlich, weil er Rem getötet hat, obwohl er sie beschützen wollte, auch den Tod gewählt. Und es scheint ihre Bestimmung gewesen zu sein, denn sonst wären sie nicht zum Kristall geworden. Na dann, Zombiefreunde, lasst uns mal weiterziehen. Die beiden haben ihre Bestimmung gefunden. Aber wir müssen immer noch Agitor werden, wie es aussieht. Halbtot, aber noch nicht ganz. Sid wartet auf uns. Im Heiligtum des Niedergangs.